Untertitelung. BR 2018 Was hast du denn vor, Eichhörnchen? Aber Eichhörnchen, das ist nicht sehr nett. Ach so, du sammelst also Nüsse? Aber Eichhörnchen, du kannst doch nicht allen die Nüsse klauen. Eichhörnchen, die anderen wollen doch auch Nüsse haben. So viele Nüsse brauchst du doch gar nicht, Eichhörnchen. Pass auf, gleich steckst du fest, Eichhörnchen. Oh je, jetzt hast du viel zu viele Nüsse. Ich glaube, alleine kommst du da nicht mehr raus. Eichhörnchen, ich glaube, wir brauchen Hilfe. Hallo, Freunde. Das Eichhörnchen hat alle Nüsse geklaut. Und jetzt steckt er fest. Wollt ihr dem Eichhörnchen trotzdem helfen? Jetzt bist du wieder frei, Eichhörnchen. Deine Freunde haben dir geholfen. Vielen Dank, liebe Tiere. Das habt ihr gut gemacht. Oh je, aber jetzt hast du ja gar keine Nüsse-Eichhörnchen. Siehst du, Eichhörnchen? Nüsse teilen ist doch das Schönste. Ja, wir haben es geschafft, keiner ist allein. Hier auf meiner Schmusedecke geht's uns allen fein. Hier auf der Schmusedecke geht's. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, unsere Schmusedecke geholfen. Vielen Dank.